In Düsseldorf macht bald ein neuer Freizeitpark auf. Warum sich Kirmesfans da freuen dürfen, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Phantom Arena. Ja, und eine kurze Ankündigung. Ihr habt es vielleicht schon der Presse entnommen. In Düsseldorf macht ein neuer Freizeitpark auf. Und ja, das nur temporär. Deswegen nennt sich das Ganze auch Pop-Up Freizeitpark. Und ja, was wird man da sehen können? Ganz einfach, die Schausteller haben eine Möglichkeit gefunden, auch endlich wieder ihre Dienste anbieten zu können und praktisch mit ihren Fahrgeschäften Freude unter das Volk zu bringen. Und in Düsseldorf hat man überlegt, ja, wie können wir das denn irgendwie mal organisieren, dass wir halt auch wieder für die Schausteller irgendwas bieten in der Corona-Zeit, dass wir auch endlich mal wieder Geld verdienen können. Und da ist die Idee vom Düsselland entstanden. Momentan, ihr wisst es, Kirmesplätze, Kirmesvolksfeste dürften momentan ja nicht stattfinden, weil es ja auch die Auflagen für Corona gibt. Und man ja irgendwie gucken muss, wenn man ein Volksfest macht, dass man nur eine gewisse Anzahl an Leuten auf diese Plätze drauf lässt. Und das kann man natürlich dann machen, wenn man ein Gelände einzäunt. Und das ist in Düsseldorf der Fall. Da hat man überlegt, ja, wo können wir das am besten dann machen? Und da hat man sich das Messegelände ausgesucht, weil da ist eh ein Zaun drumherum. Und da kann man halt auch genau sehen, wie viele Leute denn auf den Platz kommen oder nicht. Weil, ganz ehrlich, ihr kennt es wahrscheinlich von Volksfesten, die haben meistens auch mehrere Eingänge. Da weiß man nicht, wie viele Leute gerade aktuell wirklich auf dem Platz sind. Und deswegen gibt es jetzt, ja, eine Kirmes, ein Freizeitparkkirmes praktisch. Düsseldorf wird das Ganze heißen. Weil es halt eingezäunt ist, kann man jetzt praktisch auch online Tickets buchen für das Ganze. Time Slots, da kommen wir gleich nochmal zu. Und man weiß halt ganz genau, wie viele Leute dann auf dem Platz sind, weil man halt diese Tickets dann verkauft hat. und da auch ein gewisses Kontingent hat. Genauso wie wir es jetzt auch von den Freizeitparks kennen, die ja jetzt schon wieder geöffnet sind. Ja, Düsseldorf hat, wie gesagt, das Düsselland. Und das Ganze wird vom 26. Juni bis zum 26. Juli ja, dann auf der Messe zu finden sein. Man hofft übrigens, dass man sehr viele Zuschauer oder beziehungsweise Besucher nach Düsseldorf loggen kann. Und so, dass man das halt vielleicht sogar noch ein bisschen weiter expandieren kann und sogar noch eine Woche länger bis in den August das Ganze dann dort stehen lassen kann. Da muss man aber dann erstmal gucken, wie viele Leute dann wirklich dann nach Düsseldorf kommen. Es ist halt ein bisschen anders wie auf einer Kirmes. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Erstmal ist es begrenzt, wie viele Leute dann dort auf diesem Platz, in diesem Freizeitpark sind. Und dann hat man sich ja was ausgedacht, wie man das Ganze denn noch gestalten kann. Natürlich muss es irgendwelche Maßnahmen geben. Und so ist es in Düsseldorf auch. Erstmal muss man für den Eintritt Geld bezahlen. Unter der Woche kostet es 8 Euro, diesen Platz zu betreten. Und am Wochenende 10 Euro. Das ist eine Gebühr, wo man mit praktisch das Ganze bezahlt. Also die Security, die Sicherheitsmaßnahmen, die Hygiene, all das wird dadurch bezahlt. Wenn ihr so ein Ticket könnt ihr im Online-Shop kaufen, von Düsseldorf auf der Homepage, die ist unten nochmal verlinkt. Wenn ihr dann praktisch so ein Ticket gekauft habt, legitimiert euch das für eine gewisse Zeit, diesen Platz, diesen Freizeitpark zu besuchen. Und da sind wir dann schon beim nächsten Sicherheitsthema. Denn ihr könnt halt nicht so lange bleiben, wie ihr wollt, sondern es gibt Slots von zweieinhalb Stunden, die ihr buchen könnt für den jeweiligen Tag. Das heißt, auf der Seite bucht ihr nicht Karten für den ganzen Tag, sondern wie gesagt, für diese Time-Slots. Zweieinhalb Stunden ist halt ein bisschen krass für Freizeitpark- oder Kirmesfans. Die wollen bestimmt ein bisschen länger da sein. Das heißt, ihr müsst dann vielleicht nochmal in die Tasche greifen und dann nochmal für den nächsten Slot euch eine Karte kaufen, wenn euch das zu wenig ist. Aber es gab wohl Forschungen, die haben halt ein bisschen rumgefragt, die Veranstalter, und haben entschieden und haben halt gemerkt, dass der normale typische Kirmesbesucher zweieinhalb Stunden dann auf einer Kirmes verbringt. Und deswegen hat man das dann halt als Zeit gewählt. Wir sind praktisch Kirmesfreaks, Kirmesverrückte. Wir werden wahrscheinlich normalerweise länger da sein, aber man muss ja mal die große Masse abholen und da ist es ganz klar, dass man das halt dann so tätigt. Ja, und diese Slots, die es halt gibt, das wäre zum Beispiel von 13 Uhr bis 16 Uhr, von 16 Uhr bis 19 Uhr oder von 19 Uhr bis 20 Uhr. Samstags kommt dann halt noch ein vierter Slot dazu, der dann ab 10 Uhr dann gilt. Jetzt denkt ihr, Moment mal, das sind ja drei Stunden, da gibt es ja noch eine halbe Stunde Differenz dazwischen. Ja, die nutzt man dann halt praktisch, damit alle Leute wirklich vom Platz gehen und die neuen Leute dann auch auf den Platz kommen können. Deswegen das erstmal. Also halten wir erstmal fest, ihr braucht erstmal ein Ticket und das Ticket ist halt da nicht nur tagesbegrenzt, sondern auch auf einen Slot begrenzt. Und dann habt ihr zweieinhalb Stunden Zeit, die Kirmes Düssel, oder ich muss eigentlich sagen, der Freizeitpark Düsselland zu besuchen. 20 Fahrgeschäfte wird es in Düsseldorf am Messegelände dann praktisch geben. Ein Riesenrad, ein Riesenrad, Babyflug, das sind jetzt nur einige, Alpinerbahn, Kettenflieger, Flipfly, eine Geisterbahn, ein Pferdekarussell, Breakdance, eine Wasserbahn, Wilde Maus, ein Propeller, Downtown, Musik Express, Viva Cuba, Autoscooter, eine Kinderschleife, ein Polyp, High Impress, ein weiteres Laufgeschäft und noch ein Kinderkarussell. Das sind die Attraktionen, die da auf euch warten. Und da ist es dann halt auch so, ihr habt praktisch ja das Ticket gekauft, das legitimiert euch aber nur auf diesen Platz zu kommen. Für die Attraktion müsst ihr da nochmal extra zahlen. Also, ja, es ist nicht so, wie man es halt vielleicht auch aus anderen Ländern kennt, dieser Lunapark-Gedanke. Ihr bekommt dann halt ein Ticket und könnt dann halt alles nutzen, so wie ihr wollt. Nein, ihr müsst dann halt nochmal für die einzelnen Attraktionen bezahlen. Aber der Veranstalter hat wirklich aufmerksam oder hat erzählt oder hat bekannt gegeben, dass die Attraktionen extra dafür dann auch günstiger gehalten werden. Man bezahlt übrigens zum Beispiel für die Achterbahn wohl nur 7 Euro. Und Alpina Bahn ist ja schon ein Brett. Ja, also das Ganze wird es jetzt in Düsseldorf geben, praktisch in den Sommermonaten. Jetzt gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der sagt, ja, warum muss ich dann so viel Geld überhaupt erstmal bezahlen, um da drauf zu kommen. Ich meine, es ist ein Freizeitpark und es gibt keine Freizeitparks oder Windy-Freizeitparks, wo man halt umsonst halt reinkommt. Kenne ich irgendwie nicht so viele. Und außerdem, ja, musste man erstmal eine ganz große Investition in Vorkasse geben und zwar in Vorkasse gehen. Denn 1,1 Millionen Euro musste man oder kostet dieser Platz allein an Miete. Dann kommt natürlich auch noch die Security hinzu, das Online-Ticketing, das musste auch erstmal auf die Beine gestellt werden. Und natürlich die Hygienemaßnahmen, und alles, das sind halt extreme Kosten und deswegen muss man es auch irgendwie reinbekommen wieder. Es ist auf jeden Fall der erste Schritt wieder, ja, für Schausteller in diesem Jahr Geld zu verdienen. Und deswegen solltet ihr das auch alle mal, ja, besuchen, ja, sodass die Schausteller auch wirklich wieder ein bisschen Geld in die Kasse bekommen. Wie gesagt, es ist die erste Kirmes so in diesem Jahr, die so veröffentlicht worden ist. Es gibt auch noch weitere Ideen von anderen Schaustellern in anderen Städten, da kommen auch noch Videos zu. Aber das ist erstmal das, was es halt in Düsseldorf gibt. Wie gesagt, das Ganze findet statt vom 26. Juni, genau, bis zum 26. Juli. Und es könnte noch um eine Woche bis zum 2. August verlängert werden. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Diese Idee, einen mobilen oder einen temporären Freizeitpark auf die Beine zu stellen mit Kirmesattraktionen, ich finde es auf jeden Fall Hammer. Besonders sind es auch Attraktionen, die man halt ja auch schon so kennt und die ich auch selber persönlich gerne fahre. Auch Alpina Bahn in einem Messegelände oder um ein Messegelände rum zu sehen, ist halt auch mal irgendwas Besonderes. Und die Infrastruktur ist natürlich auch gegeben. Die S-Bahn fährt da halt komplett lang. Und von der Autobahn ist es halt auch nicht weit. Es sind halt genügend Parkplätze da. Und gerade auch, man kennt es ja auch, wenn man in Düsseldorf auf der Rheinwiesen ist und da normalerweise auf der Rheinkirmes ist, dann wird ja auch ausgeschildert, eigentlich immer dort zu parken. und man weiß halt, wie viele Parkplätze es dort halt gibt. Und da es halt sowieso noch Beschränkungen gibt und nur, ja, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen wenig Leute auf dem Platz können, viel weniger als auf zum Beispiel der Rheinkirmes normalerweise im Sommer, gibt es da definitiv erstmal kein Parkplatzproblem. Und es wird wahrscheinlich auch nicht das Problem geben, dass man halt so lange dann für eine Attraktion ansteht. Neben den ganzen Attraktionen, das habe ich noch gar nicht gesagt, wird es natürlich auch noch ein bisschen was Weiters geben. Natürlich könnt ihr da auch Essen und Trinken kaufen. Da gibt es vielleicht noch mal eine kurze Information dazu. Als ich mir den Ticketshop angeguckt habe, steht da, dass es ein Taschenverbot gibt. Das heißt, ihr dürft keine Taschen mit reinnehmen. Kennt man so zum Beispiel auch vom Oktoberfest. Wichtig ist aber auch da, dass man kein Essen und kein Trinken mit reinnehmen kann. Das ist ein bisschen unterschiedlich zu einem Freizeitpark, also zu einem stationären Freizeitpark. Aber auch das ist verständlich, wenn man halt zweieinhalb Stunden da ist, dann sollte man auch da die Schaustelle ein bisschen unterstützen und dann mal eine Cola holen oder mal eine Fritte holen. Und wie gesagt, wir leben in einer anderen Zeit momentan und deswegen brauchen auch die Schausteller Unterstützung. Und jetzt ist es halt soweit und deswegen sollte man das auch wirklich dann halt mal tun. Genau, also Essen und Trinkenstände gibt es natürlich auch und natürlich ein Unterhaltungsangebot, was es dort halt gibt. Da gibt es halt zum Beispiel Hochseilartisten oder auch eine Motorrad-Stun-Show, die dort aufgeführt wird. Außerdem gibt es Freizeitpark-Maskottchen, die da ihre Runden drehen, mit denen man halt auch Fotos machen kann, so genauso wie Stelzenmenschen. Und ja, die ganzen Shows, die werden vom Zirkus März und von Perlini organisiert, also Zirkus Perlini. Und ja, also da habt ihr nicht nur das Typische, was ihr halt von der Kirmes kennt, sondern ihr habt das gepaart ein bisschen auch noch mit einer Show, mit ein paar Show-Elementen, mit ein paar Characters, die da rumlaufen. Also schon wirklich in Richtung Freizeitpark. Es ist halt nicht einfach nur ein Gelände, was abgezäunt ist und wo dann einfach die Kirmesattraktionen stehen, die man halt so kennt, sondern da gibt es halt noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, Shows und Essensstände natürlich auch. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall der erste Schritt, endlich mal wieder Kirmesattraktionen zu fahren. Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass es in diesem Jahr soweit ist. Aber man hat eine Lösung gefunden. Die Lösung nennt sich temporärer Freizeitpark. Und wie gesagt, auch in anderen Städten geht man jetzt diesen Weg. Da kommen noch Videos zu. Aber das war es erstmal zum Düsseldorf aus Düsseldorf. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, in die Kommentare mal, wie ihr das findet. Ich weiß auch nicht, wie oft ich heute jetzt, wie gesagt, gesagt habe. Aber auch das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video hier bei der Phantom Arena. Macht's gut und bis demnächst. Tschüss. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020